Auch innereuropäisch unterstützt Airbus derzeit zahlreiche Luftbrücken mit Flugmaterial und Crew. Von Frankreich nach Spanien werden derzeit wichtige Lieferungen von Schutzmasken versendet. Die in Spanien dringend benötigten Schutzmaterialien werden derzeit mit der Airbus-Maschine und Crew direkt über das Militär vor Ort verteilt und in die richtigen Regionen verbracht. Die Logistik der benötigten Schutzmaterialien ist enorm wichtig derzeit und wird durch die Airbus-Crews unterstützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017